So, wir kommen langsam zum Ende. Der letzte Song. Der letzte Song. Und der letzte Song ist auch aus dieser Phase, als wir Gitarrenrock gemacht haben. Ende der 80er. Und da haben wir was gemacht, was eigentlich erst ein paar Jahre später durch die Pixies oder Nirvana dann so richtig groß rauskam. Das haben wir alles schon zwei Jahre vorher gemacht. Da waren die Charts noch voll von Bon Jovi und so. Ja, heute ist es halt wieder. Die Geschichte wieder ruht sich. So, der Song beschreibt eine Comicfigur. Und zwar, dessen Superkräfte mir noch nicht so ganz klar sind, aber der Superheld heißt Pale Driver. Oh! Oh! Das war's. 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 The light. Das war's. Das war's. The light. 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 has got me. The light. 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 und er ist leider sehr früh verstorben und den bieten wir ja den letzten Song heute Abend ja und Uli, den spielen wir auch ein bisschen für dich Back to the streets Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank!